Hier sehen wir den neuen T5 AC. AC steht für Autokommande. Autokommande ist unser Getriebe, ein stufenloses Getriebe. Mit einer Top-Ausrüstung ist der Traktor unter 6 Tonnen Eigengewicht, hat ein Gesamtgewicht von 10,3 Tonnen und kommt somit bis zu 4,5 Tonnen Nutzlast über. Dieser Traktor ist für die Schweiz gemacht, weil Gewicht-Leistungs-Verhältnisse passen, weil die Grösse des Traktors auf unsere Schweizer Betriebe und Durchschnittsbetriebe passen. Er ist geeignet für Ackerbauarbeiten, für Frühlandarbeiten, für alles geeignet, was man in der Schweizer Landwirtschaft brauchen kann. Das ist unser 4,5 Liter Motor in diesem T5. Das ist die absolute Neuheit von Arbon, vom Fiat Powertrain, der Schweizer Entwicklung mit der neuesten Abgasstufe T5. Das Autokommande 3B gibt es bei uns seit 2007. Das ist eine langjährige Entwicklung von Neuholland. Mit diesem Traktor T5 haben wir zwei Gruppen, die automatisch geschaltet werden, mit drei Fahrbereichen und jeder mit einem aktiven Stillstand. Aktiven Stillstand bedeutet, dass wir mit dem Traktor, mit einer angehängten Maschine, im Hogger können ab dem Fahrpedal oder ab der Bremse und der Traktor nicht rollen, ob aufwärts oder abwärts. Für die Schaltgetriebe-Fans gibt es in diesem Traktor auch unser bewährtes Doppelkopplungsgetriebe, Dynamic-Command mit 24 vorwärts- und rückwärtsgängen. Die Umschaltung von Fahrpedalen und Fahrhebel funktioniert bei uns automatisch. Die Bedienung ist denkbar einfach. Motor starten, Fahrtrichtung wählen und Gas geben. Zur Sicherheit kann ich noch sagen, wir haben eine automatische Parkbremse, sowie eine Anhängerstreckbremse vorwärts und rückwärts, serienmässig. Aussen am Kopfflügel können wir ohne Vorwahl in der Kabine unsere Heckhydraulik bedienen, ein Steuergerät bedienen oder die Abwellen ein- und ausschalten. Mit dem Fahrpedal können wir die Tempomahngeschwindigkeit bis zu 10 kmh übersteuern, zum Beispiel zum Kehren. Gesamthaft kann ich zu diesem Traktor sagen, Gewichtleistung passt, Bedienungsfreundlichkeit passt, Servicezugänglichkeit passt. Dieser Traktor ist für die Schweizer Landwirtschaft gemacht. Ich sage einmal, was ist logisch, was macht Sinn, denn Neuholland hat es drin.